Wir erwarten spannende Diskussionen zu unseren Themen und einen interessanten Einblick ins Fernsehen. Wo würden Sie heute Wirtschaft studieren und auch in Bezug auf die nachher folgenden Jobchancen? Schwierige Frage. Nachher machen wir alle Universitäten fertig. HSG ist sicher eine Top-Adresse, selbstverständlich. Ich habe in Zürich Wirtschaft studiert. Ich finde, in Zürich ist das immer noch nach wie vor sehr gut. Was ich immer empfehlen würde, was ich noch gut finde. Du hast es gesagt, ich habe zweisprachig versucht etwas zu machen. Das finde ich spannend. Das würde ich heutzutage machen, würde ich wahrscheinlich auf Genf oder Fribourg gehen. Einfach nur aus Gründen der Sprache. Dass man wirklich eine andere Sprache noch hat, in einer anderen Sprache noch etwas lernen kann. Das finde ich jetzt noch wichtig. Für mich wäre es fast wichtiger, ob jetzt Zürich etwas besser ist als St. Gallen oder so. Sondern noch einmal etwas zusätzliches zu machen mit der Sprache. Entschuldigung, jetzt habe ich noch... Sind Sie nach Zürich an Landstatt gekommen? Also ich habe irgendwie... Ich weiss es auch nicht. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich viele Kollegen von mir, sind alle, haben gesagt, wir studieren Wirtschaft in Zürich. Und dann habe ich gedacht, das kann ich mich eigentlich anschliessen. Das ist eigentlich noch gut. Ich habe gar nicht so gedacht. Und damals hat man wirklich auch nicht so... Ich glaube, heute macht man das viel mehr mit dem Ranking. Welche Uni hat jetzt bessere Ranking? Welche ist die besser hier im Rating? Das hat man damals überhaupt... Man hatte eigentlich das Gefühl, es ist völlig egal, ob es jetzt Zürich ist oder St. Gallen oder Bern oder so. Und heute glaube ich, sich die Unis auch viel stärker differenzieren oder sich viel stärker fokussieren auf ein bestimmtes Thema und sagen, in dem sind wir wirklich top, 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 top und so. Aber damals ist das... Für mich ist das eigentlich überhaupt keine Frage gewesen. Ich habe nicht mehr gedacht, ich will in Zürich bleiben. Ich will nicht in St. Gallen gehen. St. Gallen war für mich zu weit in der Ostschweiz.